hallo und jetzt kommt man knapp hier glück oder können wenn es wenn ich bin glück oder können und begrüßt euch zu neuen video richtig schon wieder dd modern warfare 3 team deathmatch also wenn ihr bock habt abonnieren leiten kommentieren nicht vergessen ihr wisst wie youtube funktioniert und ich würde sagen eine rede kurz zu sehen los geht's so waffe ist da dass die ball 27 was soll ich sagen ist glaube ich fast aufgetunet aber ja die karte wollte ich nicht die karte wollte ich nicht über die andere karte aber in dem was kommt naja ein bisschen spaß und kassieren jetzt mächtig hier sehen wir jetzt mal für mich war es wichtig heute mal noch mal cw bringe ich gestern euch xc fein vorgestellt habe und die auch mächtig kassiert habe natürlich dass ihr team deathmatch ich hoffe dass ich jetzt ein bisschen besser bin oder nicht oh mein gott das fängt ja echt gut an ich bin ja genauso schatten bin ich dann ich war noch nie in der hütte drin und das spiel die karte ich war noch nie in der hütte drin das ich bin irgendwo geklitscht oder so also mal bin ich besser bei cd das sage ich immer ich weiß ja genau ich dachte schon ich dachte schon wieder ich bin aber jetzt gleich so gut wie tot weil mein rücken der kann auch entzücken ja läuft gerade ein bisschen besser als weil die feind oder xc feind ja muss ja muss ja ich bin zu spieler sage ich immer nein danke 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 oh mein teammate hat mir den arsch gerettet danke 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 ja falls euch gefällt dass ich mich aufrege dann seid ihr auf den kanal genau richtig und lasst mal ein abo da like das video ihr wisst wie es funktioniert danke ich hoffe das gehört euch mit facecam ja ich bin alt ich bin fertig bin hässlich aber ich stehe dazu oder ich habe es gar nicht gedacht gerade ich glaube ich bin zu müde noch aber war schon okay die lücken sind frei jetzt kommt bestimmt einer aus der ecke ja da war das so eine blöde granate und nö kurz nachladen dann geht es weiter okay ich bin gerade echt mies bin ich ganz ehrlich durch war dieser dreckige sniper war das derselbe typ ja ne sauer ich muss immer versuchen ruhig zu bleiben wenn ich nicht ruhig bleibt spiele ich noch schlechter ja ehrlich das geht ja und wie kurz luft holen jetzt und wieder hoch hat er ganz hinter da zwei stück bestimmte sniper ja dass das ja den das bann habe ich schon mal gesehen ja der nette sniper von gegenüber oder die sniper gegenüber ja wie auch immer er sie erst ich gehe nach dem skin also ist der spieler auch in dem moment das geschlechter von ach komm schon wie mein teammate habe ich geschossen und dann kommt die cd krankheit immer gleich nachladen darauf habe ich ja lange gewartet auf die nacht wenn ich recht habe oh mein gott wenn das jetzt das ist nicht als richtig gelesen und ich habe vor zwei drei wochen fernseher zurückgeschickt amazon und jetzt glaube ich habe ich die bestätigung bekommen dass er endlich angekommen ist soll ich in die vergradeten dieses gameplay er hat aber ich mag die karte und ich bin ganz ehrlich durch wenn ich eine karte nicht mag dann kann ich darauf auch nicht zocken wort ist es genau so schreibt man die kommentare die sniper geben aber echt auf die eier auf der karte es gibt schon nicht ok 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 doch gerade gefühlt zu lange um wechsel zwischen aktion und ist eigentlich nicht mein weg hier lang aber egal noch mal gehe ich und mich lang aber ich habe gerade bock drauf wieder hoch wieder hoch wieder hoch wie geht es hier hinten hoch hier naja ich will mich als meine lippe im mund nehme das ist leider eine dumme angewohnheit ich versuche es mir auch ab zu gewöhnen direkt von hinten du sauer mich gerade verschluckt es gibt doch nicht dass ich gerade gemacht habe ist dass ich hasse niemand das bei mir macht so schön von hinten warum nicht ich raffe nicht mal dass du da ist ich habe das mitkommen von einer explosion oder so und dann noch gar nicht gar nicht konzentriert vielleicht war das heute fehler beide feind aber ok ich bin nicht konzentriert kennt ihr so etwas warum spielst du dann das game für das neid war du hörte mir was ich unter mir was ich unter mir was wo habe ich den gerade abgestaubt oder ein erstes gold wo sind das jetzt ist das jetzt uns aus bohren was soll hat das eigentlich mit dem blöden dna spiel rein zu tun ich habe so gefällt gerade ich schwöre ich krieg das gerade nicht hin zu agieren sie sind auch alle da gespawnt zur hölle kriege ich im jensten komm schon nein haben sie noch alle da gespawnt das war richtig eklig ich liebe die verteilung des bohren punkt habe ich gestern mit der feind schon gesagt hat man sagt die feind ich bin nicht selbst sorry ich hasse das englische ausgedrückt zu mir bin ich sicher alter was hat es so lange dauert oh mein gott war das schlecht hinter mir es gibt zwei möglichkeiten und ich wähle die falsche seite das geil ja natürlich auf jeden fall aber es läuft doch echt mies was habe ich jetzt 11 zu 9 ok ok ich sage immer alles ab 1 und 1 ist gut ok ich weiß wie lang geht ja jemand hat noch nicht geschossen glaube ich oder irgendjemand war da noch irgendjemand aus der richtung da hinten schon wieder so ein dreckiger sniper alter ja ich bin kein sniper und ich bin auch kein fan von sniper deswegen ich bin alt ich bin langsam zu mir verdammt ich darf es gerade nicht ich raste wirklich gerade nicht wo ich bin habe ich habe ich habe ich bin hinter 40 von hinten dass ich so hasse mache ich selber ich habe gerade komplett kopflos auf der karte ehrlich nein hinter mir ja mit der sniper aus der distanz oder was du willst mich verarschen oder dmr endlich aus der distanz und aus der kurzen ist hatten das sniper und der schießt daneben er wird man normal reichen drei schluss nicht mehr zu töten in co2 das ist einfach so deswegen habe ich nur zwei salben geschossen wollte reichen was war das nur noch eine minute ich liefere gerade auch echt miesen miesen scheiße ab 14 11 ist natürlich immer noch okay weil ich sage immer wieder alles was eins ist okay der wollte schlagen okay das war mein glück hätte er gleich geschossen wäre ich tot er stimmt auch was meine geschwindigkeit wird nicht ich kann gerade tierisch ab ist er wusste ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot ja ich muss es ich wusste das war so klar und dann wieder so einer von den ganzen sniper nehmen nein wer kann ist natürlich cool aber egal egal wie sieht meine quote aus wer zeigt ich konnte ich liebten zu zwölf und das haben wir 17 zu 12 17 zu 12 okay ich bin punktemäßig ganz oben aber nicht kill mäßig und auch nicht kd aber im großen ganzen aber im großen und ganzen war es eine echt gute runde auch wenn ich viel geflucht habe die gejammert habe das geht um lenken besser aber der unterschied zu x defined du cd ist ein großer auf jeden fall ansonsten schaltet morgen wieder ein ich weiß nicht was es gibt einen heute kommt noch ein video bleibt dran in einer stunde keine ahnung lasst euch überraschen ich bin ich mit raus abonnieren gleichen kommentieren nicht vergessen ich würde mich freuen eure namen öfters und die videos zu lesen ansonsten peace out bis zum bis zum